Wie weit würdest du gehen? Für deine Ideale? Für unsere Zukunft? Es gibt nur eine Welle. Ich wollte schon allein gehen, die diese ganze scheiß rassistischen Leute machen. Haben sie denn gar kein schlichtes Gewissen? Wir holen doch! Sie werden nie aufhören, wenn du dich wärst. Das will ich ja. Ich möchte Ihnen einen neuen Mitschüler vorstellen. Wollen Sie uns vielleicht ein bisschen über sich erzählen, Tristan? Ne. Kennst du das Gefühl? Als ob du alles durch eine dicke Scheibe siehst. Manchmal musst du genau diese Scheibe einfach einschleihen. Leute, ich finde, wir sollten uns einig werden, was wir wollen. Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen. Und aus der Welle wird irgendwann ein riesiger Tsunami. Megan, I love you to pick up where I left off. Für wen hältst du dich eigentlich hin? Die Verwünften gehören ja dazu viel zu verlieren. Ich habe vor gar nichts mehr Angst. Ach, ich erkenne mich selbst nicht mehr wie der Tristan. Ich bin nur Gerechtigkeit. Nicht auch nicht mehr wie der Tristan. Nicht auch nicht mehr. Nicht auch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020